Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ragecraft 3 The Prophecy. In der letzten Folge habe ich unerwarteterweise den Boss hier getroffen. Das sah für mich aus wie eine Sackgasse, aber dem war wohl nicht so und ja. Der hat mich dann ein bisschen blöd getroffen oder war ich tot? Naja. Dann sehe ich jetzt mal zu, dass ich den dieses Mal besiege, weil dann kann ich dieses Gebiet schon wieder verlassen. Der war auch gar nicht so weit weg. Da ist halt nur hier ist alles verwinkelt und dann... Genau hier oben. Muss ich nur die Spawner hier wegkriegen. Weil die Monster, die Nerven richtig, richtig stark nerven, die Monster hier. Vor allem die hier. Zugleich kommt auch dieser Taichang. Lol. Ja, da. Schon wieder. Wie kriegt der mich überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Alter. Scheiß, Dreck. Eieieiei. Eieieiei. Zum Glück sehe ich das Spiel nicht ganz so ernst. Sonst wäre das wirklich Ragecrash vom Feinsten. Weil Rage tue ich jetzt auch schon. Bin ich mir gar nicht so ernst. Vielleicht ist da ja, sind Spawner. Keine Ahnung. Da ist der Arsch. Hallo Taichang. Deine scheiß Diamantrüstung. Komm her. Na so schwer ist der gar nicht. Ja. Na so schwer ist der gar nicht. Böser Bube. Böser Bube. Böse Bube. Eieieie. Wir haben den ersten Sensei besiegt. Nice. Irgendeine Belohnung? Nein? Schade. Ich wollte gerade sagen, schön wäre, wenn hierdurch jetzt alle Monster weg wären, aber das war dann wohl Wunschdenken von mir. Dann gehe ich mal zurück. So, da sind die Bäume. Und hier unten, genau. Juhu. Juhu. Hätten wir mal den ersten hinter uns gelassen. War hier nicht noch ein Spawner? Ja, mehrere. So. Ach, hier kriege ich Holz. Gut. Kann ich mir gleich genug für die Fackeln sammeln. Ich glaube, sonst habe ich hier auch fast alle Spawner weg. An diesem Anfangsgebiet. Jo. Nice. Dann sammle ich jetzt mal ein bisschen Holz. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Nämlich wir haben keine Fackeln. Mache ich mir mal eine Werkbank. Dann kann ich mir gleich eine Doppelkiste machen und da den ganzen Müll loswerden. Ach, wie schön. Ich wähle nur noch zwei Minibosse. So, dann eine Doppelkiste bitte. Okay. Jetzt habe ich gleich sowieso wieder auf. So. Jetzt ist mal erstmal der ganze Müll weg. The Punisher behalte ich natürlich. Die Ninja-Teile, die scheinen nicht zu funktionieren. Oder funktionieren die jetzt? Ich probiere mal was. Vielleicht funktionieren die jetzt, nachdem ich die Welt neu lade. Also, kann ja ein kleiner Bug gewesen sein. Nö. Funktioniert leider nicht. Das heißt, die Assassin's Hooks können weg. Ja, hallo. Klauson kann jetzt auch weg. Die können weg. Ja. Die Effizienz behalte ich mal. Da brauche ich. Ich brauche Hose, Schuhe und Dingens. Schuhe habe ich. Schutz. Ja. Ja. Hose und Kopf-Dingen. Ja, Kopf-Dingen. Ja. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Rüstung. Apfel schadet nicht. Ich habe ja nur noch ein Brot. The Punisher kommt natürlich da hin. Jetzt muss ich mir Fackeln machen. So, mehr Fackeln habe ich im Moment nicht. Das heißt, wenn es geht, wieder Kohle abbauen. Okay. Ich glaube, hier ist so keine Kohle. Die war ja draußen. Dann gehe ich jetzt mal kurz wieder raus. Natürlich schaffe ich den Sprung nicht. Warum auch... Warum sollte ich den auch schaffen? Wäre ja nur hilfreich fürs Spiel, dass ich weiterkomme. Äh, wo ging es raus? Da. Okay. Spiel will nicht, dass ich da weiterkomme. Naja. So, dann hole ich mir mal Kohle. Und dann ist diese Folge ein bisschen fürs Aufstocken. Weil wenn es hinterher daran scheitert, dass ich nichts mehr sehen kann oder ich die Spawner nicht ausmachen kann, dann wäre das ein bisschen doof. Höh. Höh. Nikola habe ich 30. Äh. Jo, das reicht erstmal. Dann hole ich mir noch ein bisschen, äh... Holz. Und dann geht es auch weiter. So. Habe ich mir jetzt mal gegönnt. Brauche ich das Loch hier. Jo, das reicht erstmal. Sehr schön. Dann kann es ja weitergehen. Da oben geht es weiter. Hier geht es ja immer weiter nach oben. Ei, 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 ei. Goldbeinschutz. Besser als das, was ich habe. Aha. Jo, was haben wir hier? Ah, ein Sonderraum. Nice. Spawner weg. Und hier hätte ich mir auch Holz holen können. Ja, super. Ähm... Schade ja nicht, wenn ich was mitnehme, oder? Ich meine hinterher, das sind ja vier Holzbretter. Das sind ja acht Fackeln. Pro Dings, also. Lohnt sich dann schon, das mitzunehmen. Wenigstens ein Teil. Da habe ich jetzt 88 Stöcker. Und das reicht ja lange. Das reicht ewig. Und da oben geht es auch noch was. Hm. Das sieht mir nach einem kleinen Jump'n'One aus. Na, hallo? Na, dich kriege ich noch. Kannst du mir glauben. Dann hole ich mir den Smaragd. Ach du Scheiße. Das lief doch ganz gut. Auch ein Smaragd. Sehr nice. Und jetzt wieder nach unten. Da ist Wasser. Ja, ja, ja. Ist gut. Ich bin ja schon weg. So, dann muss ich jetzt immer weiter nach oben. Wie komme ich jetzt nach oben? Ah, da vorne. Au. Bin ich wohl in den Wolken? Ja, passt von der Höhe auf jeden Fall. Ach stimmt, mein Bogen ist leider Schrott. Gönn' ich dem. Warum ist ein Buff? Ja, nice. Gibt's ein Damage-Buff? Aber nur ganz kurz. Anscheinend. Ja, okay, doch. Zwei Minuten hat er gerade noch nicht richtig gehalten. Ah, Gott sei Dank. Ein besserer Bogen. Gönner Apfel. Das brauche ich nicht. Das eventuell. Bannhaltbarkeit. 15% Geschwindigkeit. Eventuell wäre das mal vom Vorteil. Das brauche ich dann sowieso nicht mehr. Schutzhaltbarkeit. Gefärbt und Geschwindigkeit. Genauso wie hier. Sehr nett. Okay. Ich komme mir mal nochmal stärker. Schön. 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 ok der command block verträgt sich wohl nicht mit dem schwert hier fahrungsfläschchen steak aber hier sollte es sich dann vertragen hat er irgendwo sauer und effekt wo aber wenn sich das mit dem command verträgt dann oh gott ja Verdammt. Ich höre, dass das Ding da drin ist. Was kommt denn her? So. 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 Okay, die Ursache muss wohl hier irgendwo oben sein. Logisch, wenn ich da unten... Ja, da sehe ich schon einen Spawner. Log-Eater, Effizienz und Halbbarkeit. Netter Name. Jo, oh, ich bin schon krass in der Überlänge. Entschuldigung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann weiter dieses zweite Gebiet... Also dieses zweite Gebiet... Uns nach oben kämpfen und nach dem zweiten Gebiet suchen. Bis dahin. Tschüss.